hallo und herzlich willkommen zu mr luke zockt pro cycling manager 2021 wir befinden uns bei etappe 5 der tour de france weiter geht's in der karriere mit kofidis und ja wenn ihr die letzte folge verpasst habt da haben wir die ersten vier etappen behandelt holt das unbedingt jetzt nach da habt ihr auf jeden fall was verpasst aber wirklich ja richtiges spektakel am start und ja für diejenigen die es gesehen haben herzlichen glückwunsch ihr habt das beste schon mitbekommen anthony perris ist im gelben trikot bin ich natürlich gespannt wie lange wir das jetzt verteidigen können hier mit perris ja die fünfte etappe ist flach läuft wieder auf den sprint hinaus wir versuchen natürlich mit brian coca hier die nächste etappe zu gewinnen und das gelbe so lange wie möglich zu verteidigen wobei ja wald van art eine sekunde hinter uns ist das wird dann schwierig mit perris im sprint also mal gucken wie ich das anstelle ehrlich gesagt bevor wir in die etappe starten muss ich mich kurz korrigieren ich hatte in der letzten folge gesagt wir fahren hier das original tour de france 2020 profil das stimmt natürlich nicht ich habe das verwechselt da es auch hier in ausland start gibt und auch die etappe viel glaube ich war das mit dem wald von ahrenberg also eine ksp etappe also ja gewisse ähnlichkeiten zu dem aktuellen profil das hier in game ist aber das profil von 2010 wo in rotterdam gestartet wird wobei eine etappe irgendwie fehlt habe ich gerade mal beim profil durch checken gesehen keine ahnung ob die irgendwie random mit was anderem aufgefüllt wurde aber auf jeden fall der start und auch am ende des zeit fahren auch wenn hier und da mal die kilometerangabe abweicht dieses lange 50 kilometer am vorletzten tag das ist wie gesagt von 2010 das einmal kurz dazu jetzt starten wir aber rein in die etappe und hier we go ja ich würde wirklich wahnsinnig gern eigentlich perris länger im gelben trikot sehen um ihnen das auch zu können wir kontrollieren jetzt hier gerade vorne mit unseren fahrern hier gibt es aber andere sprinter teams sie wollen etwas schneller fahren und jetzt habe ich auf einmal den leck des todes alter sorry ohne fünf ausreißer nicht so besonders namenhafte fahrer ach so die anderen sprinter teams gehen nach vorne wegen der print wertung die gleich bevorsteht ja wie gesagt ich werde weiterhin nicht aus grüne gehen da ich keine chance sehe ehrlich gesagt gegen baut von art baut von art ist halt auch das stichwort der ist nur eine sekunde hinter perris der ist der top favorit für heute ich muss irgendwie glück haben dass er nicht unter die ersten drei kommt ich sehe sonst keine möglichkeit wie wir mit perris vor dem bleiben sollen das wird wahnsinnig schwierig aber vielleicht klappt das ja wieder von art investiert hier kraft im sprint und kriegt auch herzlich wenig ertrag dabei investiert kraft und wir gewinnen einfach den ziel sprint nachher mit kokar vielleicht haben wir noch zwei andere die platz zwei und drei machen und dann wird von art vierter im besten fall und ja so behalten wir dann das gelbe mit perris elf kilometer vor dem ziel werden die ausreißer gerade eingeholt die sprint anfahrt läuft hier alpecin ist zum beispiel wieder ein team was hier mit sehr vielen fahrern vorne ist unter anderem ja mit van der poel und philipsen als anfahrer vielmehr dir haben wir bereits in der letzten folge gesehen aber gegen kofidis hatte ihr trotzdem keine chance aber können wir uns natürlich nicht immer darauf verlassen bisschen mit thoma muss ich noch hier mit den kräften haushalten wir schauen uns mal einmal gemeinsam an wie das profil hier am ende ist bzw die karte also ein leichter rechts knick in richtung ziel sieht aber nicht nach einer kurve aus von daher ja rechne ich dann nicht mit irgendwelchen kurven die uns das leben schwer machen ruben fernandes übernimmt jetzt dann haben wir max walscheid als letzten anfahrer für kokar und ja perris habe ich einfach mal dahinter gehängt er weiß der ist ja hoch motiviert und super ein schuss vielleicht kann er da auch einfach noch mal einen raushauen und ja weit vorne landen so max walscheid zieht jetzt an auf der linken seite so bei 1,9 was zum glück kommen wir an wellens vorbei kokar geht raus bei 800 wald fanart an der meli ist das sorry meli sieht aus wie der sieger aber kokar kommt vorbei daneben gassier cortina und nice wald fanart jungs wohl in sicht yes yes das bedeutet wieder ein etappensieg und noch das gelbe behalten denn fanart ihr seht es 10. platz nur das ist ja das ist ja unterirdisch für den herren und kokar schießt hier das nächste ding ab satan läuft das gut so wir nehmen hier auch mal eine siegerehrung mit aber in der letzten folge gar nicht gemacht kokar siegt vor garcia merdie van poppel und walscheid mit fünfter perris holt noch ein paar pünktchen auf platz sieben in der gesamtwertung wie gesagt hat sich dahingehend nichts geändert perris weiterhin auf dem ersten platz eine sekunde vor fanart und in der punkte wertung führt tim ja die sieben punkte vor brian kokar wobei es hier sehr sehr viele fahrer gibt die sehr nah beieinander sind also von platz eins bis platz neun nur 22 punkte auseinander wir haben hier schon alle über 90 also selbst perris und walscheid sind immer fleißig am sammeln ich bleibe aber trotzdem bis auf weiteres dabei dass es für uns mit kokar weil er einfach deutlich schlechter ist als top als andere top sprinter muss man ja sagen dass ich mich einfach auf den schluss sprint konzentriere bei einer flache etappe wenn wir später sagen wir können auch das grüne holen werde ich mit dem auch auf bergetappen in ausreißer gruppen gehen um irgendwie sprint wertung abzusahnen wenn das sinn macht aber wollen erst mal so viele etappensiege wie möglich holen und eine andere sache die ich in der letzten folge schon mal angesprochen hatte ich wäre wirklich richtig traurig wenn der sponsor ja wenn wir beim sponsor nachher nur bei einem nur bei einem erfolg landen was vertrauen angeht wir haben hier halt nur einen etappensieg als ziel und wir haben jetzt schon vier etappensiege aus fünf etappen und das gelbe trikot getragen und wer weiß was noch kommen mag befürchte aber trotzdem egal was wir hier machen auch wenn das die beste performance ever ist von kofidis bei natur vielleicht ja haben wir nachher trotzdem sehr begrenztes budget dann für unsere transferphase aber so weit sind wir natürlich noch nicht konzentrieren wir uns erstmal auf die nächsten etappen hier und ja etappe sechs ist wieder so ziemlich das gleiche sollte also wieder ein sprint werden und ja wir hoffen weiterhin darauf dass wald van Aert nicht unter den top 3 landet auf der sechsten etappe gingen die drei sprint wertung das mal kurz zu eurer information während die zwei verbleibenden ausreißer gleich eingeholt werden ja zum teil an timmea lier hier vor kaynab juan und wald van Aert bei der ersten bei der zweiten war van Aert weit und breit nicht so zu sehen nur sieben punkte da hat er nicht von proppel am meisten gemacht aus dem hauptfeld und jetzt bei der letzten sprint wertung während da halt ferrand und denz noch vorne waren hat timmea lier 15 punkte gemacht aber auch wald van Aert nur fünf sage ich mal ich habe mich wieder gar nicht daran beteiligt mir jetzt schon ein bisschen weiter weg vielleicht so 20 30 punkte aber das nehme ich bewusst in kauf haben wir uns mal an wie das finale hier sein wird da muss ich sagen ich gucke mir das zwar regelmäßig an aber nicht so oft wie ich vielleicht sollte heißt das jetzt es gibt noch mal eine linkskurve in richtung ziel oder es hier das ende weil die straße hier auch zu ende ist da bin ich mir immer unsicher wenn man so natürlich guckt ist jetzt das ziel genau da drauf aber wenn man nah ran suchen ja da finde ich diese karte immer noch relativ ungenau ich gehe jetzt erst mal davon aus da werden wir hier dann echt schon mal den sprint vorbereiten können dass es nicht noch eine linkskurve gibt muss ich jetzt sagen so wir sind auf den letzten zwölfeinhalb kilometern in das ganze ding jetzt an wieder so ziemlich den gleichen sprintzug wie eben während wir hier schon legen kolb im deutschen meistertrikot sehen und ja stimmt herr mit timmerlier hat ja auch das belgische deswegen habe ich den mit wald van aard vielleicht das ein oder andere mal verwechselt ich denke das könnt ihr nachvollziehen und habe da etwas nachsicht mit mir wir haben ja erst kürzlich vor der tour de france hier die deutschen die nationalen meisterschaften gehabt mit geschke nehme ich übrigens schon mal raus ist euch vielleicht schon aufgefallen da hat schon ein paar minuten kassiert das heißt ja den können wir dann schon mal zu gegebener zeit vielleicht in der ausreißer gruppe stecken das ist ja so das wofür sie man hier engagiert wurde bei uns und auch deshalb bei der tour de france ist so fünf kilometer tomar walscheid coca und dann nehmen wir natürlich auch peres und co wieder mit fernandes kann sich auch mal einen ruhigen tag machen also noch 3,5 kilometer jetzt kommt noch mal eine links kurve genau ja das sollte hier der letzte knick sein und dann ist der rest straight geradeaus sieht soweit gut aus wir können gleich wieder mit max walscheid raus gehen jetzt bei 1,9 wir haben doch noch mal eine links kurve okay dann habe ich nichts gesagt coca jetzt auf dem letzten kilometer sprint mal mit wo ist peres damit peres auch noch mal und alter es läuft es läuft einfach wir gewinnen mit coca vor peres und ivan garcia cortina und okay für mich als info es gab noch mal eine links kurve hat uns jetzt aber überhaupt nicht den sprint versaut vielleicht sogar den anderen leuten mehr philipsen als anfahrer höchstwahrscheinlich wieder vierter geworden mir kam nicht mehr an ihm vorbei ich vermute mal aufgrund der kurve sechster und von art wird fünfter und das bedeutet ja wieder ein sieg für uns wieder sieg für coca nur kurz als reminder zeit fahren ja kann man nicht kann man nicht erwarten aber dann coca peres walscheid coca coca vor peres es läuft aktuell da warte ich eigentlich nur noch darauf bis sich gleich alle auf die fresse legen und vorletzt raus müssen aber selbst dann wir haben schon fünf etappen gewonnen bin jetzt schon zufrieden ja wir haben unseren vorsprung auch von art natürlich jetzt noch mal ausgebaut sehr schön also der müsste schon rennen gewinnen um dann an peres vorbei zu ziehen jetzt wenn es wieder ein flacher sprint ist in der punkte wertung bleiben wir mit coca total gut im rennen ja ich mache das erstmal einfach so weiter werkwertung hat sich bislang noch nicht großartig was getan gab es ja hier und da mal ein pünktchen aber noch nicht nennenswert die siebte etappe ist ein bisschen welliger aber auch wieder was für die sprinter ja aller guten dinge sind drei wir sind 24 kilometer vorm ziel kurz vor der letzten bergwertung des tages noch so dreieinhalb kilometer und ja bislang ist nicht wirklich was allzu spannendes passiert vorne zwei ausreißer da war noch ein dritter dabei die haben sich ein paar pünktchen geholt insgesamt ja vier bergpünktchen waren hier zu holen sprint wertung und wir von den anderen sprintern umgekämpft wir haben heute ja leider zum ersten mal sowohl auf waldscheid als auch coca eine minus tagesform die sind ja beide nicht im formhöhepunkt wenn ich das richtig im kopf habe das heißt da war es jetzt auch durchaus sinnvoll uns dann nicht noch an den sprints bei den zwischen sprint wertung zu beteiligen sondern allen fokus auf den ziel sprint zu setzen jetzt kurz abfahrt und dann der rest leicht absteigen in richtung ziel auch die zielgerade ist leicht abfallen das sollten wir vielleicht im kopf haben haben schon gegen kolp und thomas defend attackieren hier jetzt noch mal aber eher so halbgar haben wir uns doch stattdessen noch mal wieder die karte an gut das heißt wir haben eine lange gerade in richtung ziel aber dann noch mal so ein bisschen nach rechts abknicken da könnte vielleicht noch mal eine kurse auf uns warten aufgrund der schlechten tagesform habe ich jetzt auch jones agiere hier mit in den anfahrzug reingenommen ja hier müssen jetzt natürlich auch mal ein bisschen schauen wo wir den fokus drauf legen zumal auch gar nicht so klar ist ob jetzt isagiere und martin überhaupt im gc eine rolle spielen können naja sei es drum da kümmern wir uns dann im weiteren verlauf des renns dann noch mal drum in jedem fall habe ich max wahlscheid mal positionell woanders hingesetzt der letzte anfahrer ist jetzt benjamin thomas einfach weil max der minus zwei hat da wollte ich jetzt sag ich mal er bisschen auf nummer sicher gehen und den frischeren fahrer nehmen thomas ja auch eigentlich ein guter mann für so ein terrain so thomas geht jetzt raus bei 1,5 wir haben brian kukar leider nicht ganz am hinterrad ich ziehe mal jetzt an wir können auch vielleicht mit paris am ende noch mal sprinten caleb youn gewinnt das ding vor van poppel und kukar gut wir hatten jetzt leider keine links kurve ja die kombination thomas und kukar hat nicht so gut geklappt vielleicht ist es auch geil max wahlscheid zu haben der so ein bulle ist gerade auch in game was das thema wegblocken und so anbelangt auf jeden fall hat kukar leider das hinterrad von thomas nicht gehabt wodurch die anfahrt ja sehr suboptimal war ich gucke mir noch mal die sprint anfahrt hier und den sprint an auch für die eigene analyse denn ja geht ja auch nicht nur immer darum sich die sachen anzuschauen die positiv gelaufen sind so kann ich im nachhinein hier vielleicht auch noch mal schauen was nicht so gut war 1,6 dieser giro ist down vielleicht habe ich einen tacken zu lang gewartet mit thomas ich habe mich schon nicht von den anderen triggern lassen von art fährt hier völlig alleine rum alpe ziehen was ist mit euch passiert oldani hat kein mann am hinterrad ja war hier eingeklemmt ich hatte keine so eine gute position sonst und mir uns eher befreien und vorne an art hat uns hier auch noch geblockt unweigerlich und auch perris war dann natürlich kilometer weit entfernt dann habe ich halt noch mal versucht quasi um zu switchen um mit kukar für perris anzufahren aber perris halt kein sprinter ist aber denke ich auch mal keine schande mit kukar mal im sprint nur dritter zu werden er hat ja schließlich schon mehrfach gewonnen und ja von art hat uns auch das gelbe trikot nicht abgenommen von daher alles in ordnung jetzt kommen wir aber so langsam endlich mal im bereich wo es nichts mehr für die sprinter ist wir haben hier sechs kategorisierte anstiege die ersten 50 kilometer flach und dann geht es die ganze zeit hoch und runter das ziel ist zwar ja ich sag mal auf so einem hochplateau deshalb das jetzt nichts für die okay ich wollte gerade sagen eigentlich nichts unbedingt für die gc fahrer sein muss aber wahrscheinlich overall aufgrund der höhenmeter schon ja da wird sich jetzt mal entscheiden wie es bei uns auf dauer weiter laufen wird wenn wir mal bedenken wie das letzte etappe lief könnte ich mir vorstellen dass martin und isagiere auch hier vielleicht wieder probleme bekommen er ist im gelben trikot mit einer super tagesform traue ich ehrlich gesagt eigentlich schon zu sein trikot hier zu verteidigen zumindest hoffe ich dass es so hardcore sieht mir das jetzt nicht aus dafür braucht er natürlich auch ein team was ihn hier unterstützt weil es schon insgesamt viele höhenmeter sind das gebe ich zu ich hätte eigentlich nichts dagegen wenn mal ein paar ausreißer weg gehen und von mir aus können die auch sogar die etappe gewinnen denn ganz ehrlich wir haben schon so viele etappen gewonnen aber ja ich würde ganz gerne jetzt mal hier kontrollieren aber die ki fährt da immer wieder hinterher bislang wenn die jetzt weg käme oder von mir aus auch die fünf da vorne spielen im gc überhaupt keine rolle dann würde ich einfach relativ langsam tempo fahren und erst mal piano machen solange wir das gelbe trikot haben werde ich jetzt auch alle kräfte schon ihr seht es ja so überragend ist die tagesform im team jetzt nicht zumindest für meine ansprüche eigentlich ja wenn es gut läuft und ich das nicht so kacke das war diese tour jetzt alles andere als optimal dann habe ich eigentlich schon den überwiegenden teil der fahrer am vorm höhepunkt von daher müssen wir jetzt halt einfach damit arbeiten was wir haben in jedem fall gebe ich jetzt geschke hier nicht in die ausreißer gruppe wir brauchen nämlich alle männer um ich würde mal sagen martin und perris möglichst gut hier durch zu bringen für isagire könnte dann wieder schwer werden mit einer minus eins ja mal schauen meine höchste prio ist jetzt erst mal perris im gelben zu halten und im weiteren tourverlauf schauen wir dann mal wie das mit der gesamtwertung laufen wird und ja perris im gelben ist natürlich auch gesamtwertung aber ganz ehrlich der hat eine 71 berg also der wird ja nicht auf dauer in den top 10 oder so bleiben aber jetzt soll hier gerne mal eine ausreißer gruppe gehen natur zwei minuten rückstand ja ich lasse das erst mal ich wollte gerade sagen inzwischen haben wir ein bisschen ruhe im hauptfeld nein haben wir nicht ja anders als vielleicht in echt wobei ich naja das würde ich jetzt nicht irgendwie in frage stellen vielleicht die ausgangslage ist jetzt nicht unbedingt so die beste für die anderen teams da kommen wir gleich aber noch mal zu in jedem fall hatte ich vorne eine ausreißer gruppe mit zwei minuten wollte dann ja ruhig kontrollieren hier weil so die ganze zeit ballern kostet auch viele kräfte aber jetzt ja jumbo und movies sagen so die haben was dagegen die wollen die gruppe wieder reinholen in jedem fall haben wir vorne 16 ausreißer ja das ist schon viel und ja das ist gefährlich die können die etappe gewinnen ich bin mir aber relativ sicher ob sie wir haben hier zwei leute mit zwei minuten irgendwie la tour und habe ich jetzt gerade verloren ist la tour irgendein anderer war da noch dabei mir aus sollen die die etappe gewinnen ich würde mit meinem team einfach so fahren dass wir das gelbe behalten die ungefähr bei 1 32 minuten nachher wieder ranholen und fertig ist die sache aber ja wahrscheinlich wollen die dc fahrer die etappe gewinnen und mich hier fertig machen ich habe die befürchtung das könnten schwerer tag werden er völlig geisteskrank was sie für ein tempo an tag gelegt wird also manche ausreißer fallen schon zurück das sind nur noch zwölf und auch davon werden gleich noch welche eingeholt ich hoffe irgendwann entspricht dann die gruppe vorne er den vorstellungen von jumbo wismar dass die uns dann wieder ein bisschen atmen lassen als er das ganze hauptfeld ist einfach nur platt wir sind einfach nur tot guckt euch mal die spiel not hier an ohne haben wir nur noch bon amour ja komm dann lasst den doch jetzt in ruhe wir sind hier ok coca und fernandes waren eben auch schon aus der gruppe raus wahlstein ist hier weg vom fenster hinten schon mehrere gruppen die hier zurückgefallen sind und ich sag mal so krass ist das ist das profil jetzt auch noch nicht gewesen ich gehe jetzt echt mal davon aus dass ruhe einkehrt ich würde jetzt nur 50 fahren und hoffen dass wir noch regenerieren können und weiter geht's kreuzweig benot roglitz gorkai isagire jumbo wismar hat anscheinend irgendwie hummeln im hintern oder richtig fast vor mit roglitz dass die jetzt sogar fahren müssen obwohl nur ronc bonamour alleine vorne ist mit siebeneinhalb minuten rückstand mtc und jumbo nimmt uns hier einfach völlig auseinander ja wenn die so weitermachen dann könnte auch das thema gc sich jetzt hier schon bei etappe 8 oder was haben wir gerade ja etappe 8 komplett für uns erledigt haben bogatscher setzt er jetzt nach ich meine das ist jetzt eigentlich noch keine richtige etappe alter kein kein angriff technisch gesehen aber effektiv fahren die hier so schnell dass die sogar eine lücke reißen wahnsinn einfach nur wahnsinn ja 70 kilometer vorm ziel nach diesem vierten berg war zwar eine zweier kategorie aber ihr seht ja hier das geht meistens immer so treppenförmig das peloton besteht nur noch aus 32 mann kommen bestimmt gleich noch mal welche wieder ran aber daran sieht man schon wie hier gefahren wird selbst ben o'connor das sagt glaube ich alles ben o'connor war nicht mehr in der gruppe drin jetzt haben die bonamour wieder eingeholt ich bremse jetzt wieder mit tomar hoffentlich kann geschke auch mal wasser holen und wir können jetzt hier mal ein bisschen entspannen aber ja es ist halt auch gar nicht mehr so weit bis in richtung ziel nur noch 65 kilometer und ring frei für die nächste runde ich wollte jetzt gerade wieder überrollt kommt gefühlt selbst nicht mal mit 99 irgendwie vorne in die pushen das hauptfeld ist natürlich wieder größer geworden in dem tal aber jetzt sobald es berg hoch geht alter sogar teilweise mit zwölf prozent ist jumbo wieder dabei und flex hier einfach komplett das feld auseinander so ich habe mal umgestellt auf beschützen martin und perris sind sozusagen unsere leader unsere beschützten fahrer mit 90 position halten mal gucken ich gehe eigentlich schon davon aus perris und martin sind ja ganz gut drauf dass sie noch weiterhin in der gruppe bleiben sollten aber ja ich weiß nicht wie wie unfassbar lange jumbo hier noch fahren kann aber die haben natürlich ein ganz anderes team von art hat sich jetzt auch hier mal eingeschaltet simon geschke stürzt gerade und nimmt ro und dennis noch mit alles klar das bedeutet vorne haben wir dann jetzt für geomata gerade keinen helfer mehr da ist halt so die frage wie wie man es bewertet also perris halt in gelb und martin weiß ich nicht bin ehrlich gesagt nicht davon überzeugt dass der hier in dc gut fahren wird nachdem was wir bislang schon gesehen haben und unter den vorzeichen deswegen ist jetzt aktuell erst mal perris unser leader und wird weiterhin beschützt wir haben uns hier bis in den letzten anstieg rein geschleppt wir haben noch 28 kilometer der ist unten raus in dem ersten part relativ steil wenn man das aber überstanden haben geht es natürlich noch längere zeit kontinuierlich berghoch aber längst nicht mehr so steil sofern jetzt keine attacken kommen können wir das vielleicht überleben aktuell macht jetzt nelson olivera hier das tempel für mobistar guillaume martin sieht sehr sehr gut aus muss ich sagen möchte ich sagen meine fresse ich kann schon nicht mehr reden aktuell jetzt ist es relativ ruhig vielleicht müssen aber auch die top teams mal ein bisschen rausnehmen weil sie alle ihre helfer vorher aufgebraucht haben bion isagire geht jetzt langsam flöten das heißt wir haben nur noch martin und perris und ja da perris in gelb ist sage ich jetzt martin er soll perris beschützen ich nehme mal die energie regel auf beiden in der hoffnung dass wir dadurch hier in dem ja naja den stahlster haben wir schon hinter uns aber gleich kommen noch mal so ein zwei rampen dass wir das überleben können bion isagire hängt noch so gerade hinten dran fällt jetzt aber raus ja ganz ehrlich vielleicht kann man mit dem auch einfach er rausnehmen und auf etappensiege gehen oder als helfer und hier wenn er halt bei rund 40 mann nicht mehr mitfahren kann stelle ich den jetzt runter oder noch wasser für sich selbst holen und dann hat sich das auch erledigt er wird keine rolle im gc spielen noch zwei kilometer hoffentlich scheiße wir haben gleich noch mal eine etwas steilere stelle perris ist down noch 1,3 kilometer danach geht es natürlich auch nicht bergab aber das wäre natürlich bitter ich glaube wir schaffen es nicht wir fallen hier gleich raus vorne sind auch alle am rumkrebsen die können auch nicht mehr perris fällt aber immer weiter zurück noch 400 meter come on mater auch gerade so vielleicht noch dran können wir noch hier überleben perris ist zurückgefallen aber ja ich glaube den kann ich auch mit martin nicht wieder ranbringen vielleicht können das hier aber noch mal andere wir haben hier champuson caruso so leer de la cruz nur so einen katzensprung entfernt sind ja 29 sekunden da martin aber auch nicht mehr viel hat sehe ich das jetzt als unrealistisch an mit dem zurück zu fallen um dann perris ranzufahren vielleicht können wir ein bisschen regenerieren dann werde ich das noch mal versuchen wäre natürlich scheiße wenn wir auf diese art und weise das gelbe verlieren aber wenn wir halt einen ein helfer mehr hätten würde das wahrscheinlich ausreichen um perris hier zu retten aber vorne gibt es natürlich jetzt auch attacken ja ist so die frage 14 sekunden pro gatscha ja perris jetzt schon weiter zurück ich glaube das gelbe ist weg ich werde jetzt martin nicht zurückfallen lassen das muss ich mal sagen der wird jetzt einfach versuchen hier so lange wie möglich dran zu bleiben und dann ist gut die letzten drei kilometer hier und martin ist noch in der gruppe dabei gibt es hier noch mal attacken zwei kilometer noch währenddessen gehen wir mal zurück perris aber fährt leider echt keiner mehr mit macht jetzt selber hier die tempo arbeit es ist scheiße gelaufen das gelbe ist weg ich hoffe martin verliert keine zeit der wird im sprint nichts reißen der ist ja schon stehen ko quasi vorne alter ja uae wird das ding denke ich mal abschießen mit hirschi und oder pogacar hirschi gewinnt vor poggi und wingegard martin bleibt dabei und dann bleiben wir hier natürlich mal auf perris drauf perris sprintet die letzten meter kommt so bei 1 30 rein schade hut ab schöne vorstellung von anthony aber am ende einfach ein bisschen zu schwache beine gehabt und halt kein team um ihn im gelben trikot zu halten muss man ganz ehrlich sagen aber träger des führungs trikots für vier tage ist natürlich ein super erfolg für unser team hier also von daher hat er sein soll auf jeden fall erfüllt da bin ich mehr als zufrieden mit ihm muss ich gestehen ich hätte nicht damit gerechnet dass er hier so gut performt etappenwertung doppelschlag von team uae die omata achter zeitgleich gewertet ab das 28 haben wir hier im kat das heißt 1 27 rückstand für anthony perris jones agiere mit dem habe ich auch bewusst rausgenommen am ende aber verliert fast fünf minuten übrigens in einer gruppe mit anodema das ist ziemlich traurig aber er hätte schon ein bisschen besser fahren können laut von art übernimmt das trikot eine sekunde für pogacar doch wenn uae schlau gewesen wäre hätten sie poggi gewinnen lassen können und nicht hirschi aber vielleicht wollten sie das gelbe auch noch gar nicht haben jumbo wismar dann weiter auf platz drei und vier auch noch mit roglitz und wingegard voll dominant hier wo kommt unser bester fahrer aktuell ist es noch perez mit 1 20 und martin mit fast drei minuten also würde ich jetzt mal sagen die beiden sind unsere beschützten fahrer martin schon vermutlich nummer eins kapitän aber solange perez noch so gut platziert ist beschützen wir den auch und isagire ist nur helfer der ist weg vom fenster die letzte etappe für die heutige folge etappe 9 ist noch mal ja eine richtig bergige etappe ist die erste bergankunft wir haben drei kategorisierte anstiege goldela ramas code gitz und avorias am ende ja ich glaube das wird schwer genug für uns sie irgendwie was zu reißen ich hoffe wir können perez und martin so lange wie möglich irgendwie vorne behalten je nach tagesform würde ich mich erst mal darauf konzentrieren die beiden vorne zu halten oder vielleicht jemanden in der gruppe zu geben aber wir müssen mal gucken was unsere kräfte so hergeben hauungsgemäß sind meiner meinung nach die chancen aber auf einer berg etappe als ausreißer durchzukommen in pcm abseits der dritten woche bei natur nahezu bei null also da sind chancen echt sehr gering und daher habe ich mir das jetzt noch mal etwas anders überlegt hätte sonst gedacht vielleicht fernandes oder geschke in der ausreißer gruppe zu geben aber da konzentrieren wir uns glaube ich eher so ende der zweiten und in der dritten woche drauf denn wie gesagt erfahrungsgemäß komme ich da nie weit mit stattdessen haben wir aber brian kukar in der gruppe hier kommen noch ein paar nachzügler insgesamt an zwölf ausreißer gar nicht mal so eine schlechte gruppe mit mollema oder auch natur wieder ja kukar eine gute konstellation der wird sich hier jetzt aller voraussicht nach 20 punkte holen in der sprintwertung und abgesehen davon habe ich mal zwei sprintzüge aufgebaut sprintzüge sorry zwei ketten eher sozusagen kleine mountain trains ja da mir das zuletzt in kommentaren empfohlen wurde dass ich das doch auch mal ausprobieren kann denn ja gut ich fahre ja grundsätzlich eher gerne in der kette anstatt mit schützen und so ist der weg dann halt einfach nicht so weit denn manchmal hat man ja schon das problem dass dann ja fahrer wieder aufschließen müssen zu ihrem vorausfahrenden oder sowas ja das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren danke noch mal an den tipp bei an tb germania er das glaube ich unter der letzten folge kommentiert hatte deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus so in der form habe ich das glaube ich auch nicht gemacht nachher werden wir dann nur noch ein jeweils ein leader haben kann ich dann auch schützen nehmen ich denke wir werden ja wir haben jetzt hier ein mountain train so ein bisschen aufgesetzt mit den helfern thoma und geschke für perris und alle anderen im prinzip für guiomata wobei ich ja echt mal gespannt bin wie lange ruben fernandes hier mit seiner guten form der ist auch im form höhpunkt am berg so mithalten kann noch zwei kilometer bis zur sprint wertung ich sprinte jetzt einfach mal weil ich der ki nicht vertraue in der hinsicht dass es realistisch genug ist dass die mir die sprint wertung einfach überlassen denn ja gut keine ahnung ich meine vielleicht würden da in echt auf welche drauf gehen aber an sich hat ja keiner eine chance gegen richtigen sprinter wie kukar hier von daher kann man sich das glaube ich eigentlich in echt auf sparen aber whatever wir haben die hier souverän abgeholt und das bedeutet unter dem strich wir können es das ja mal anschauen wir haben 32 punkte rückstand auf jun gehabt und verkürzen das jetzt auf 12 jetzt sieht man es hier oben auch noch mal ja ist doch schon mal eine ganz gute ausgangslage würde ich sagen brian kukar kann jetzt auch schon mal den feierabend einläuten während uae hier gerade den col de la ramas hoch ballert ja peres ist vorne post martin der hat trotz meiner eigentlich guten taktik würde ich sagen in der theorie er muss nur einem fahrer hier folgen ich habe das mal ein bisschen umgebaut hat es aber auch wieder nicht hingekriegt und ja muss jetzt quasi kraft aufwenden um wieder ans hinterrad seines helfers isa giri ranzufahren aber naja so ist das halt manchmal in jedem fall macht uae das tempo holt nach und nach die ausreise ein vorne nur noch 50 sekunden in front sind noch ein paar ist noch ein bisschen weiter bis zur spitze der col de la ramas ist hier heute der schwierigste berg da wird das feld erstmal weiter ausgesiebt aber die entscheidung wird sicherlich erst am schlussanstieg fallen aber da habe ich die rechnung ohne badet und jates gemacht holy shit die greifen jetzt einfach mal an geschke ist platt das heißt mit peres würde ich jetzt mal so umbauen hier er wird von thomas beschützt geschke nimmt raus ansonsten ja guiomata ist hier als leader gesandwich von isagire und ruben fernandes fernandes hier der beste berghelfer mit abstand weil er halt auch einfach die beste tagesform hat baut man art in gelb fährt hier jetzt das loch zu vorne haben wir badet der versucht zu den restlichen ausreißern hin zu springen ich denke das wird aber gleich alles wieder reingeholt werden von ja vom hauptfeld jates auch inzwischen eingeholt worden aber es wird glaube ich gleich wenn es so weitergeht auch an seine grenzen kommen wir haben jetzt noch mal ein richtig eklig steiles stück das wird ihm vermutlich den rest geben aber auch guiomata ist es wirklich zum kotzen heute ist isagire dann besser drauf ja was soll ich jetzt machen im prinzip ist es latte ich werde trotzdem ja gute frage auf martin setzen und ja fährt fernandes für sein eigenes es ist eigentlich es ist eigentlich egal ich beschütze den jetzt isagire fährt einfach so weiter naja was ich auf jeden fall meine ist ihm war isagire ich hätte zwar nicht so viel zeit mit ihm verdienen müssen aber deutlich schlechter und ist halt schon zurückgefallen während martin auch mithalten konnte und jetzt ist martin wieder trotz plus eins so schlecht dass er nicht mal diesen berg hier übersteht und ja er jetzt eigentlich so meine nummer eins im dc war er es fällt zurück ja ich glaube das thema dc können wir auch als erledigt betrachten und vermutlich eher in ausreißergruppen gehen dann kommt uns das zugute dass wir so weit hinten im dc sind oder vielleicht ja regeneriert sich auch noch mal jemand ich mache dann den guiomata wie in echt ja auch international als de jojo bezeichnet wird da er in seiner gc positionierung immer hoch und runter hoch und runter geht ja weil er an einem tag kassiert und an dem anderen wieder eine ausreißergruppe irgendwie ein paar minuten gewinnt overall hat das jetzt glaube ich beim giro trotzdem nur in echt zu platz 16 geführt ja keine ahnung müssen wir mal gucken jetzt wird glaube ich aber erst mal wieder ein bisschen langsamer gefahren so dass wir hier vielleicht wieder rankommen können mit fernandes als helfer jawohl gibt mal ein bisschen gas war wieder nach vorne dann hast du es auch etwas weiter vom weg her bis du wieder ganz hinten angekommen bist vorne haben wir übrigens immer noch drei verbleibende ausreißer jetzt gibt es wieder attacken von konrad yates vlasov eben im pol ist aber ja nur dieser kleine dreierberg das wird glaube ich auch gleich wieder egalisiert und dann geht's noch mal rund am schlussanstieg und genau so ist es noch zwölf kilometer simon yates und roman badet attackieren wieder hin zu patrick konrad und vorne haben wir noch idee hagen und bon amour die werden das glaube ich aber nicht überstehen ja noch sind isagire martin und fernandes alle dabei fernandes und martin konnten die eine abfahrt wieder ran fahren wir haben jetzt ja also mit die steilste passage zur mitte hin nimmt ein bisschen raus aber am ende durchaus auch noch steil also durchschnittlich 6,5 prozent hört sich nicht so krass an aber eher wegen dem mittleren part nach oben raus sind es dann glaube ich wieder so 8 9 prozent oftmals die energie regel nehme ich schon mal auf allen um hier möglichst lange zu überleben die gates wird gleich von daniel martinez wieder eingeholt mit roglitz und uran am hinterrad unseren fahrern geht es jetzt hier an kragen die leiste ist gleich aufgebraucht da können wir nicht viel mehr machen wir können jetzt mit guilla martin hier sein eigenes tempo fahren der wird von fernandes beschützt und johannis agiere tja ganz ehrlich ob der jetzt versucht dabei zu bleiben oder nicht ist auch egal der ist jetzt völlig am ende ich nehme mal mit dem raus dass jetzt kein gc fahrer mehr sage ich jetzt einfach der teil auch ein schlechten reck wert da wäre ich skeptisch was der in der dritten woche so macht martin kann man ein bisschen schneller fahren ja ich versuche jetzt schadensbegrenzung und dann schauen wir was die gc leute vorne machen wir fahren jetzt wieder rein in den steileren zweiten bereich nach diesem kurzen etwas flacheren part komm es hat sich hier von pogacá abgesetzt sieht sehr gut aus und dahinter ja haben wir lange zogen das feld wingegard ist anscheinend der leader von jumbo wismar roglitz weit abgeschlagen muss man sagen mass hier alleine auf weiter flur hier haben wir jetzt zehn prozent steigung wir springen nach vorne das ding ist aber noch nicht gelaufen bei martin muss ich auch mal wieder etwas regulieren wingegard und pogacá ziehen jetzt vorbei an thomas ja genau an thomas sorry da ist der franzose in mir durchgegangen wingegard sieht hier wie der sieger aus und wird sich dann auch wohl das gelbe holen von seinem teammate wald van aert auch wenn roglitz natürlich viel zeit kassiert wingegard aber german thomas kommt am ende noch mal auf wird aber wohl nicht mehr rankommen das sind die ersten drei in der etappe hier dann kommt peo bilbao ala philippe auch sehr stark wingegard gewinn fort thomas und pogacá wie gesagt dann ala philippe bilbao uran lasov badé yates mass an der rest des feldes roglitz passiert über zwei minuten und wir kommen mit guillaume martin sorry ja so ungefähr bei dreieinhalb minuten glaube ich rein hier kurz ein blick aufs tagesergebnis da könnt ihr euch bei interesse die zeitabstände noch mal anschauen die aber in den ersten waren es jetzt nur elf sekunden zwischen wingegard thomas und pogacá ja herren wie simon jates zum beispiel oder blase auf eineinhalb minuten kassiert martinez und roglitz von 238 wir waren bei ja habe ich gesagt knapp dreieinhalb minuten und das ist dann die aktualisierte gesamtwertung wingegard vier sekunden vor pogacá 36 vor thomas roglitz auf platz elf wir sind schon weit ab vom schuss martin 24 da sechs minuten 25 immer noch eine distanz wo ich sagen würde zu weit um im dc irgendwas zu reißen aber noch nicht weit genug nur auf ausreißergruppen zu gehen aber er ist dann unser einziger der hier irgendwie noch ein bisschen eine rolle spielt werde ich dann aber zusehen dass wir in den bergen dann mehr auf etappensiege gehen oder vielleicht auch mit ihm aufs berg trikot müssen wir mal gucken wieso die profile in den nächsten tagen sind bei den anderen trikots sieht's für kokar im kampf ums grüne immer noch alles sehr offen aus da sind wir zwölf punkte hinter juan im berg trikot hat jetzt karl frederick hagen hier zwölf punkte gemacht ist aktuell führender aber nur zwei punkte vor wingegard tadej pogacá im weißen trikot ich denke das wird ihm auch niemand streitig machen sofern der durchfährt und ineos knapp in führung in der teamwertung vor jumbo wispa das war's für heute ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs zuschauen und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt mr luke zockt pro cycling manager 2021 in der nächsten folge gibt es dann wieder ein mix bei der tour so 45 etappen ich habe schon mal geguckt ja ja wenn ihr wissen wollt könnt ihr auch in der letzten folge euch noch mal das profil anschauen da ist wieder von berg hügelig aber auch sprint alles im prinzip dabei das heißt wir können weiter etappensiege jagen und ja mal schauen wo die reise dann in der gesamtwertung hingeht ich bin aber insgesamt schon mehr als zufrieden bei der anzahl an etappen siegen die wir schon geholt haben also ja alles was jetzt noch kommt ist bonus auch wenn es halt in der gesamtwertung vielleicht nicht ganz so gut läuft wie gewünscht aber allzu hohe vorstellung hatte ich da jetzt auch nicht unbedingt naja in dem sinne vielen dank wenn euch das video gefallen hat gibt doch gerne einen daumen und lasst ein abo da und in dem sinne bis zum nächsten mal ciao